hallo und herzlich willkommen zurück zu pizza jawohl wir stehen immer noch in unserem stall hier mit unseren tierchen wo ein löchleiden hatten wir uns ja gelassen wir sind hier am ausbauen sehr gut was hängt da denn ich weiß es uns auch egal so also schnell wieder zu machen ja das tor da ist in ordnung wir müssen jetzt noch mal gucken wir gehen noch mal rein und bauen uns jetzt mit stein wenn ich ihn jemals wieder finde ich hab ja stein bauen wir uns jetzt ein dach und jetzt immer noch ein bisschen stein nehmen wir auch mit euch bist du sandstein lassen ja nee so wir bauen uns jetzt stein das ist ein boden stein war stein dach nicht gelernt das wäre jetzt so mal gucken steiner hier hinten irgendwo ganz bist du lehm stein boden stein dach fenster stein decke ich soll es eigentlich gelernt schaffen hier sie doch ruf auch noch zusammen ein paar wir lernen das treffen durch die verbände brauchen wir uns 40 50 ich lass mal auf 50 so danke reicht ich weiß noch nicht wie genau das jetzt passieren soll ich weiß noch nicht wie genau das jetzt passieren soll ich weiß noch nicht oft da Also in erster Linie geht's uns ja um die Sicherheit unserer Tiere. Schönheit kommt später. Ich kann mal mit richtig auskommen, ey. Niemals, wahrscheinlich. So, gucken wir rein. Hm. So. So, schluss. Rückwärts, nicht vorwärts. Ja, ich denke mal, wir brauchen noch ein paar mehr. Die, 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 die. Hier, baum' mal. Ja, ich denke mal. da 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 so Oh, ich glaube immer vorwärts. So, wir wollen mal gucken, wenn wir das hier irgendwie zukriegen, damit unseren Tieren hier nichts passiert, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Und noch einen, nee, yay, so, nun, ähm, würde ich sagen, können wir die Wände hier wegbezimmern, die nicht, ach man, warte, ähm, du hast recht, mhm, geh damit nicht. Ach, man sieht dann so schlecht, ja. Ich komme da oben nicht ran. Oh, nicht so viel. Ich darf ja auch nicht zu viel wegmachen. Ich haue ja schon wieder voll die Löcher im Boden und so. Oh, siehst du, das war nämlich zu viel. Okay, auf der 7 war das, glaube ich, ne? Sehe ich wieder los. Ne, nicht auf der 7, auf der 8. Ne, doch 7, so. Okay. Joa, das eine Ding hier können wir ja mal lassen. Äh, ich habe die hier auf der 5 noch. Dann raus, ich ja. Das geht nicht, aber das geht mit der 6. Ne, geht auch nicht. Ipidoki. Uäh. So, jetzt haben wir einen größeren Stall. Ah, guck mal, sie hat ein Level. Mal gucken hier. Wir sollten doch im E-Inventage nicht immer eins. Also manchmal eine Gesundheit. So, Layla. Sehr gut. Meine kleine Layla. So, die Parchys, äh. Auch ein Level könnten wir auch mal. Könnten wir eigentlich mal verteilen. Äh. Leben, leben. So. So, wir gehen uns gleich noch mal umschauen, ob wir noch ein, äh, ein Fikey finden jetzt. Was hast du denn da gemacht? So. Sehr gut. So, Theo und Zeck werden hier erstmal warten. Ihr, ja. Ihr Vögel, bleibt mal hier. Die, glaube ich, sind da ganz gut angebracht. Und du? Naja. Komm, wir schauen noch mal, ob wir was für einiges finden. Ah, je. Potenus. Dodo. Ja, also nach Triki sieht das jetzt hier gerade nicht aus, ne? Wie beim letzten Mal. Und so. Im Schildi brauchen wir nicht. Da hinten ist eins. Wir brauchen was, was Bären fahren kann. Und vielleicht ein bisschen Holz oder so. 36. Ja, ach du Gott. Das ist doch, ähm. Neobären. Asyl. Very black. Very purple. Very white. Very white, alter. War nur ein Witz. Very red. Asyl. Nehmen wir mal die. Ähm. Guck mal. 36. Und du bist? Zwei. Alter. Wieso ist das so schnell fertig? Okay. Konnten wir eigentlich schon einen Sattel bauen. Ein Triki-Sattel. Das ist ein Veteraner- oder ein Sattel. Aber ne, mit Sattel. Richtig. So magische Merkland. Oh, ein Dornendrachen. Wiederein. Wiederein. Ja. Aber wo denn? Mal gucken. Oder konnten wir den nur in der Werkbank oder sowas? Da hab ich den nur gesehen. Mal gucken. Hier Helm. Dornendrachen. Hier sind ja was. Einfach Maske. Petralodonsattel. Magischer Maulwurstsattel. Abwurfsattel, Triceratopssattel. So. Leder und Holz. Wissen wir Bescheid. Du bist... bist... männlich. Okay, du kannst mir mal folgen. Komm. Kommste? Super. Hier wieder ein Holz. Wir bringen Strikey erstmal in den Stall. Und dann... schauen wir, was wir haben. Oh, du bist schnell. Nein. Ähm. Was geht mit dir ab? Fahr mal. Wie passt das da durch? Ich weiß es gar nicht. Ja, sieht gut aus. Upski doki. Ähm. So, wir schauen mal, ob wir den Sattel zurecht kriegen. Leder und Holz. Überhaupt noch irgendwo Leder? Also Holz schon. Leder. Nee, ich sagte grad hier nicht so. Ähm. Auch nicht. Gar nicht. Hier ist noch ein bisschen Leder. Einer schon. Und... Triki, 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 Triki. Hm. Nee. Zwei Stück noch. Mann. Hier alles mögliche, aber kein Leder. Leder. Hier ist noch Leder. Pippi. Kappelsattel, Triki, Triki. Zupi. So, wir schauen. Ähm. Hey. Ja, das bringt doch schon was, oder? Sieht gut aus. Aggressionslevel aggressiv. Warum? Ähm. Neutral ist, glaube ich, okay. Wir schauen mal. Jetzt haben wir einen Triki. Und jetzt kommen wir erstmal los. Vatek muss den Stall zumachen. Das hatten wir schon, das Spielchen. Auf geht's. Ah, jetzt kriegen wir Bären und alles mögliche hier. Sehr gut. Und und Holz. Sehr gut. Ja, perfekt. Oh, so macht das Leben doch wieder Spaß, ey. Oder? Hammer. Sehr gut. Ja, prima. Mal. Mal. So, und Level ab. Dann nehmen wir mal erstmal ein bisschen Gesundheit, glaube ich. Wenn wir dann hier Weizensamen, klingt auch toll. Mh. Räume. Und alles mögliche hier. Klappe. Wir haben irgendwas kaputt gemacht. Warte mal. Unser Triki hat was kaputt gemacht. Naja, wir sollten hier vielleicht auch ein bisschen was Zeug für nehmen. Hell. Was hat er denn kaputt gemacht? Jo. Ähm. Oh, so ein Hasi. Okay. Gibt sich gar nicht gerascht, so. Na gut. Unser Triki ist voll cool. Unbedingt. Ey, geils. Na, jetzt brauchen wir echt nicht mehr viel Angst haben. Wird es richtig geil. Ähm. Ja, Mann. Wie cool. Ja, außer vielleicht vor den Mantels. Die sind immer so krass. Cool. Hehe. Unser Hütte wirkt schon krass. Na gut. Super. So. Mal gucken, was wir hier so drin haben noch. Die schwarzen Bären sind natürlich die, die wir brauchen. Die nehmen wir alle fürs Essen. Also für die Tiere. Dann haben wir... ...maßen noch Stroh und so Scheiß. Wo das ganze Holz tragen können, weiß ich eigentlich gar nicht. Wo hast du gerade eben? Na komm. So hier ist Fleisch. Gammelfleisch. So. Mal gucken. ganzen Bären da rein. Sehr gut. So. Ne, das bleibt alles hier. Seh nicht. Okay. Hab ich eigentlich schon... Ach ja, hatte ich ja. Hinten hier hab ich gebaut. Äh, Sonnenlöser. Weh. Weh. So, mal gucken. Hier sechsmal... ...sch... ...frimmliches Bleib. Sechsmal. Geht nicht auf... ...Keybetäubungs-Tran. Was ist denn alles her? Das ist jetzt nicht so viel. Aber jetzt haben wir schon 27 davon. Was bist du denn? Feuersteinpulver? Nämlich ja. Warum, warum er das gut ist. Ich glaube, ich weiß es nicht. Was bist du? Gekochtes Fleisch. Eins nur noch. Vielleicht sollten wir es essen, bevor es verschimmelt. Oder? Genau. So, haben wir schon mal was zu essen. Hey cool, jetzt haben wir einen Triki. Und können jetzt mal so richtig loslegen. Das finde ich toll. Achso, hier war schon alles voll. Ähm, wie ist hier? Holz. Genau. Hier tun wir das Holz rein. Steine, ja. Was darf ich hier? Holz rein. So. Erde. Erde. So nicht. Erde. Steine. Hm. Nein. So, hier ist auch noch gar nichts drin. Da könnten wir die ganzen Samen und Setzlinge mal reinschießen. Und zum Schluss vielleicht beströmt sein. Jetzt kriegen wir das auch noch Platz. Okay. Ist hier auch noch Platz? Ne, hier ist kein Platz mehr. Ich glaube in der ersten war noch Platz, oder? Bisschen. Supi. Warte mal, dass das hier alles ist. Nehmen wir die Vollspitzhacke. Steinspitzhacke. Achso. Okay. Voll jetzt Axt. Das kann auch weg. Ah, ja. Klingt gut, dass das das... Ah, das kann ich da nicht mehr drin. Okay. Hallo, Dodo. Hast du schon ein Ei produziert? Nö. Warum auch nicht? So, hier kann rein. Ja, Eisen und sowas, das haben wir ja noch gar nicht, ne? Ne, ne. Aber eine Schmelzeröcke ist schon mal gebaut. So, hier können wir auch ein bisschen was herstellen. Allerdings auch noch nichts großartiges hier. Kupferspitzhacke. Aber wir haben ja noch kein Kupfer und kein Garn. Okay. Ich würde sagen, hoch. Ich würde sagen, für heute reicht's. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Bye, bye. Bis dahin.